1 so auf geht's folge 3 jetzt glaube ich oder ich glaube ja müsste mann ich will abbaut ich habe 170 ac wert man kann sich auf jeden fall schon mal bewegen das ist geil während der schutzzeit ist auch geil das war schon immer bei fahrung glaube ich so ich habe wenn dann irgendein paar o4 oder so mitgespielt haben ist lange her ich liebe diesen skin in eisen wirst du einfach träumchen kannst du vorstellen wie du die erste fast 200 ac wert ich habe eine gute cave gefunden das bist du du bist genau in meiner cave wenn dann bist du gleich in meiner cave nein 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 das stimmt nicht hallöchen hat eine schlucht oh mein gott deswegen wahrscheinlich auch der 200 ac wert hallöchen ich gehe in die andere richtung aber unsere öfen stehen da noch ne aber jetzt gut beachtung nimm mal die öfen mit bitte ja du kannst doch kurz looten aber wäre schon geil wenn wir die öfen irgendwann kriegen ich bin jetzt eh auf dem weg zurück weißt du ob hitboxen erlaubt sind ich hab's ich würde es nicht an machen manche in war es verboten manche was erlaubt das ist halt das dinge deswegen würde ich es einfach nicht an machen ja diese 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 creeper macht immer so steps wie so spieler ne das ist ein herzeffekt ja wenn du zeit felix ein kill hat ja es leben immer noch 100 leute ja ist doch gut mehr kills für uns richtig verboten verboten er wieder im op und deshalb antwortet keiner ja janik nach zeit fragen ist verboten gut zu wissen ich hab zehn mal gefragt aber es gibt noch ein striker ja warum ist das nicht verboten wie lame er steht vor allem nicht drin glaube ich jetzt steht es drin ich habe mir hauptsächlich die sache wegen kleines durchgelesen zwei hexen alarm ich bin tot bitte nicht kripper wie sie hauptsächlich hallöchen ja was geht's ich hab keine dios gefunden oh mein gott ich hab der creeper jetzt denkst du du kriegst einen strike ja ne ne überhaupt nicht fischi ist nicht so das scheint einfach voll ja also aus halt auch natürlich finde ich einfach mal nach weit zu fallen ja ich du arschloch oder stirb oh oh nicht jeder liest sich immer die regeln durch weil es ja füsche kann ich glaube ich auch verstehen dass man sich die regeln nicht durchliest weil man einfach zu faul ist ein teil liest ich mir durch das ist wegen kleines weil ich da nicht verschossen bin aber die regeln sind so komisch das problem ist ich schreibe einfach gar nicht mehr nach fein weil ich schon so oft da ist deswegen strikt wurde ich hatte und dir war es einfach scheißegal seit jahren kein warum mehr wo ich dafür gespeckt werde ja vor allem das ist 1000 mal geschrieben und niemand hat was gesagt ja deshalb ich weiß halt nicht ja keine ahnung felix aus hast du mal sein team neu gesehen ach schützen ja ich weiß was hatten wir öfters ich habe baston stack gold bei du in der bist du oh mein gott auf einmal tauchst du neben mir auf egal ob du dich hin tp hättest wie kann hier kein tier sein also wirklich gute frage oh ich habe den ich habe ich habe den ich habe den äh ich habe den äh die werkbank nicht mitgenommen oh egal ich habe noch einer ich habe jetzt wirklich ein stack gold bei das trieb mal wie kann das eigentlich sein dass wir keine tiers finden was soll denn das ja soll ich war soll ich war dir rate minus 200 schreiben ok jetzt weiß ich warum äh kein wunder dass wir nichts finden die kaffee kann die fledermost nicht mal pissen die blockiert mich die ganze zeit während ich abbauen will dies ja stark ich wollte gerade sagen jetzt kann ich ja noch weit fragen vierer rain willst du mich ritzen ich fick mich doch ich mach mir die dia spitzak oder mach schon mal obi warte nochmal scheiße ich hab ja fuck ich hab ja keine werkbank scheiße hast du gar kein holz ich hab zwei deswegen hab ich auch gesagt wir müssen eigentlich noch mehr holen ich hab noch sieben planks ein stick und eine weg hä der block ist einfach wieder hin gepackt ich hätte auch bock eine trap zu wollen aber mit aufklagen und hochladen ist halt schwierig laden pack nachher hoch mhm laden hoch wenn es nachher vorbei ist hey du musst ja nicht kurz ja das du kannst ja irgendwo hinrennen weißt du und die kochen ja aber trotzdem weißt du niemand dass ich die gucken alle nach ich glaub nicht der trap merkt man eigentlich schon relativ schnell ja aber du kannst ja auch schnell einfach du kannst ja auch so ein trap bauen die schnell ähm natürlich in einer folge kann ich eine trap bauen aber das ist ja trotzdem wie's wasted ich weiß ja ob traps erlaubst und traps wird nie verboten naja da bin ich mir nicht so sicher wenn traps verboten sind spiele ich das auch nicht weil das dann das größte millware ist und hier ist das ich hoffe das ist keine traps naja das hab ich aber schon mal gehört aber traps verbieten ich hoffe das traps erlaubst aber wenn ich selber getrapt werde ist nicht mehr so geil ja das verbieten macht überhaupt keinen Sinn so als wenn du Dias verbietest das ist halt du kannst ja nicht die strat von irgendeinem spieler verbieten das ist ja übeldau ja ist halt dann schade wenn ihm irgendjemand durch gestorben ist aber es ist halt dann einfach nur seine Dings gewesen ne wie du sagen würdest ja traps haben ja auch was mit skills zu tun ist ja nicht so dass das jetzt ein freakier ist hä 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 wenn ich wenn ich auf diesen oh die border ist bei mir neun blöcke von border entfernt jesus christ ich bin 100 entfernt ja wir sollten vielleicht mal jo ich zieh durch gut dass du mir das gerade aufgefallen ist sonst wär ich nicht so tot gewesen wissen wir nicht wenn nach zum spawnt ja auch am spawnt werden wahrscheinlich leute chillen die wahrscheinlich stacked sind und darauf habe ich keine lust mit full iron da übere zu chillen ich geh jetzt einfach zu der werkbank zurück oder warte wo war das da ich komm mit dir weiter wo bist du jetzt bei vier creepern oh da ist auch ein creeper oh die sind scheiße viele ja da hast du schon lava einmal gemacht genauso wie ich easy ich habe fast kein funk mehr vier food hast du nichts gesmaltet doch aber halt nur zwölf kann ich mir auch eine diapicke machen easy ich habe gar keine blöcke mehr perfekt ich habe gar kein holz mehr hier ist doch eine werkbank ja ich habe das da gerade gemacht ja alles gut ich habe die mitgenommen slash border ja ach digger full iron ist doch für ein arsch also ange hätte ich schon gerne und one piece wäre geil dann würde ich fallen ey wenn das jetzt die gleiche dear rate ist wie ein 4 da habe ich keinen bock mehr ja ich war in folge keine ahnung die sieben one piece wir auch das ist eine aber auch die digger ich ich habe das nicht wie wie mein hart design kann du kannst meine wände bauen ja ich muss das medisch scheiß abbauen plane stream ist sowieso ewig und dass mir das ihm kein aufgefallen ist wirklich das ist ja auch gefallen das ist wenn man spawnen genommen jetzt gar keinen bock auf spawnen die sind ja das sind welche beim ist der felix ja bau hoch bau bau hoch bau hoch bauern ist sie ich sehe es er wird gekickt scheiß aufs gold ich sprung mich aber hoch digger auf einmal sehe ich da einen namen zum glück bin ich ein artlauge digger sie er wurde gekickt Ich kann mich hier in die Seiten reinbauen. Also der ist hier irgendwo. Hier irgendwo hat er sich ausgelockt. Ich würde einfach hier mich hochstecken und dann einfach hier oben warten, oder? Nimm mal das Gold. Ja, hier ist weg. Hier waren Blöcke. Hier sind die Blöcke weg. Der war hier irgendwo. Ja, lass uns. Hast du noch irgendwas? Hm? Dann lass mal es maten. Hast du noch Gold? Ja, halbste Gold. Ich weiß nicht. Er hatte kein Mate, ne? Nee, der war alleine hier. Der wurde auch alleine gekickt. Nee, deshalb. Er hat uns auch gerade gesucht, ne? Weil er unser Overlay hatte, glaube ich. Hä? Siehst du das? Öp. Nimm ich mit. Ach, hier war der doch. Hier war der. Das war ich nicht hier. Der war hier, ja. Der ist genau da, wo die Öfen jetzt stehen. Ich würde mich einfach da ausloggen. Oh Gott, wir haben wir morgen verrecken, ne? Dann wenigstens in dem 2E1. Du musst morgen, du musst morgen relativ früh ankommen dann, ne? Wann geht der Server denn an? Äh, äh, keine Ahnung, 16, glaube ich? Ja, nee, dann kommst du einfach um 16 Uhr und dann warten wir die ganze Zeit. Ich bin früher als 16 Uhr. Bro, wie random das auf einmal hinter uns ist, ne? Ja, hätte ich, war Panikmodus erstmal hochbauen, safe. Weil ich wusste jetzt nicht, ob... Ja, aber er hat halt einen Kill, Bruder. Ja, das war ein early Kill. Aber ich weiß halt nicht, ob, ähm, das irgendwie tief geht. Weil in so einem Gang 2E1 kannst du nicht verhalten, deshalb... Ich war, ich war, ja, deswegen ja. Äh, aber ich weiß nicht, ob er One Piece ist. Wenn er One Piece ist, können wir ihn halt killen, ne? Aber wenn er Half-D ist, dann ist es schwierig. Ja, aber guck mal, wenn er... Er ist halt nicht dumm, weißt du? Ja, aber wir kriegen den. Also, Half-D kriegen wir den trotzdem. Wenn ich jetzt nochmal Dias finde, das wäre so geil. Ich setze einfach Lava in den rein und wir kritten den aus. Wenn ich jetzt nochmal Dias finde, ne, einen. Dann könnten wir uns jetzt schnell einen Edge machen. und dann können wir uns schnell so Sharp 3 machen. Komm, bitte. Gönn Dias. Wir haben halt so viel Gold, Alter, in diesem Projekt, das ist krank. Scheiße. Wir rennen gleich einfach mit 30 Gaps rum, ohne einfach Iron Armor. Actually, würde mir die 30 Viertel sogar reichen, ne? Um zu fighten. Ja, ich würde mit Half-D. Ich würde sogar actually in Massenfight einfach mit 3 Viertel fighten, ne? Hauptsache, ich bin... Man tankt ja auch schon viel. Guck mal, du... Helm, Schuhe und Chestblade. Und das ist Prod 3 und dann noch die Ironhose Prod 3. Dann tankst du auch viel. Ach, Digga, nee. Wenn das gleich weg ist, der Scheiß, Digga. Hey, das geht mir so auf den Sack, ne? Ja, okay. Äh, wollen wir wieder versuchen zu joinen? Ja, wir können da joinen. Ja, ich join einfach. Ja, ich bin wieder drauf. Wir wollen zurückgesetzt. Aber der Typ muss ja ausgelockt sein wieder. Nein, nein, nein. Der wird auch zurückgesetzt. Nein, ja, der wurde... Nein, nein, der ist ja ausgelockt. Der wurde ja gekickt. Ja, das... Der ist ja... Nein, nein, das ist ja um die Zeit gewesen, wo er gekickt wurde schon. Wo wir jetzt hier stehen, weißt du? Wir haben mehr... Wir haben neun Minuten jetzt, hä? Hä? Loll. Digga. Einfach... Die durch Dias fahren. Hast du noch Dias jetzt, deine Dias? Ja, ja. Guck mal hier. Das war ich nicht. Der muss hier noch sein. Guck mal, das hat er gemacht hier alles. Der muss hier noch sein. Der ist hier irgendwo ausgelockt. Ich würde trotzdem hier bleiben. Ja, ja. Wir bleiben hier. Hä? Vielleicht haben wir auch gerade einfach die Zeit zurückbekommen, die wir letztes Mal verloren haben. Ist okay. Ich hasse mein Leben. Ey, soll ich mal... Lass die Öffnung noch mal aufstehen. Jetzt haben wir richtig Zeit. Farm dich aus einfach. Nein, wir fragen gar nicht. Ey, ich wollte nur so fragen, ob wir... Hier, hier, hier! Hat er sich reingebaut! Hier ist sein Strip-Mein-Gang. Ja, ist okay. Ich gehe in sein Strip-Mein-Gang einfach rein. Und hier hat er Larpus abgebaut. Lass einfach in der Nähe bleiben. Ja, der muss da ausgelockt sein. Immer noch. Soll ich mich hier in die Cave stellen, wo ich eben gerade reingerannt bin? Könnte ich auch safe machen. Wir farm jetzt erstmal. Also ganz entspannt. Junge. Ich habe eben noch Lava einmal gemacht. Die mache ich mir jetzt nochmal. Ey, dieses... Dieses Lava verwirrt mich so krank, ne? Ja, dann hat 20... Also das hochzuladen. Keine Ahnung. Das wird ganz komisch. Folge einfach zu Ende spielen, hat er zur Hande gefragt. Ich bin so geistig verwirrt, ne? Da steht ja Episode 2. Also es ist noch die dritte Folge. Ich lad einfach alles am Stück hoch. Hat Episode 2 noch? Was? Nein, nein, das ist ja... Das ist ja... Weil wir jetzt in der dritten sind, steht da ja Episode 2. Weil wir zwei Episoden gespielt haben. Ach so, okay. Ich wollte schon sagen. Nimm mal das Gold aus der Schlucht bitte noch mit. Da war noch mehr Gold. Wo wir eben waren. Was abbauen oder rufen? Mitnehmen erstmal. Ich habe die Öfnion. Wie mitnehmen? Ja, abbauen. Ach so. Ich glaube, der weiß, dass wir bei ihm sind. Ich denke, der hat uns gesehen. Er hat uns auch gesehen. Safe. Der hat uns auch... Ich denke, er hat meinen Namen gesehen. Du hast ja die ganze gesneaket. Ich habe kurz ansneaket, als ich den Namen gesehen habe. Ich habe nicht gesneaket, ne. Ganz bestimmt nicht. Deshalb hättest du nichts gesagt. Das bist du, ne? Ja, das wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn es jemand anders ist. Wer weiß. Ich glaube, der ist... Hä? Ist egal, wo genau ist. Hauptsache, wir sind in der Nähe. Und wir haben jetzt nochmal sechs Minuten, wenn wir einen hier finden können. In der Schlucht war noch oben Gold an die Wände. Ach doch, da. Aber wie auch Josh mich... Uns die ganze Zeit speckt, ne? Der ist wirklich die ganze Zeit bei uns anscheinend. Weil der... Weil der... Weil der... Weil der Instant, als wir... Äh... 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 Instant, als wir Z-Felix... Äh... Als ich Z-Felix gesehen habe, äh... Instant H-H-H-H geschrieben hat. Ich habe gerade ein Skeletch von ganz oben von der Schlucht runtergeschossen. Und ich habe gerade so noch einen MLG gepackt, ne? Das ist irgendwie. Digga, ich wäre fast gestorben. Ich habe schon ein... Mein Leber mit vorbeiziehen. Ich habe eine Enderperle. Also, wenn er sich irgendwo von der Schlucht bei John ziehen hat, ist mir festgekommen. Einfach Agroperlen und Lava platzieren. Ja, für den Rest kannst du selber machen. Zwei gemacht. Ist das schwer? Ja, das ist nicht viel... Natürlich ist das scheiße schwer. Ja. Ich habe fast kein Food. Dann willst du mir kurz Food geben? Ja. Ich will zweifeln, dass du jemanden auf meinem Account irgendwas machen wirst. Ich... Aber es wird nichts dagegen gesagt, dass wir jetzt die Folge zu Ende spielen dürfen oder nicht? Gib, du musst nur sagen, was ich machen soll. Weil... Oh, keine Ahnung. Zeit einfach zu Ende spielen, hat da eine gefragt. Ich weiß. Ich weiß. Ja, die sagen auch nichts dazu, dass wir einfach disconnectieren. Was möchtest du denn, dass ich für dich mache? Wo hast du am wenigsten Bock drauf? E-Mail. Ja. Dass ich auf deinem Account für dich machen kann. Keine Ahnung. Soll ich Farmen gehen? Soll ich Foreaching machen? Ja, alles. Alchemie kann ich gerne mal nächstes Mal einfach hoch machen bei dir auf 50. Wenn ein Derby ist. Vielleicht in drei Monaten? Ja. Aber das können wir uns schon mal melden. Dann boll ich das auf 50. Das geht in so zwei, drei Stunden. Mhm. Ich brauche noch für eine andere 17 Stunden. Foraging? Farming? Foraging würde ich am liebsten halt machen, wenn ich weiß, dass das Update da ist, weil dann würde ich das sicher nicht bewegen. Ja, dann mach Enderman selber. Ich mach aus meinem Account lieber was. Ohne Terminator ist das fucking anstrengend mit der Mana. Digga, mein Kabel von der Maus rutscht die ganze Zeit die Tischkante hinten runter. Ich krieg gleich einen Ausrester, ne? Ich kann all seine Maus nicht noch unten bewegen. Ich hab jetzt irgendwie 20 Aufnahmen hier schon. Oder 10 bestimmt. Die ich alles zusammen mischen kann. Digga, bitte eine Diarane. Bitte. Und die Arane. Rain. Bitte. Ich will doch nur einen End. Ich hab irgendeine Cave. Ich will doch nur einen End. Ich brauche auch nicht Lava Cave. Hier am Wassersee. Moin Moin. Hallo. Wer ist da gescheit? Josh. ja was spielt ihr? äh, ein Varo, ein Varo ich hab ne Lava-Schluchte wir haben grad am Ende von der... also wir haben einen Gegner gesehen in unserer Schlucht der dann aber gekickt wurde weil seine Folge zu Ende war wir wollen den Morgen snipen der ist aber illegal nein, der ist nicht illegal das ist komplett illegal das ist ja selber schuld, wenn er bei uns ist das ist halt 8 Stunden online, ne? das ist halt geil weiß ich ja nicht äh, ich hab mein Schrift stark, nimm Strings mit auf jeden Fall für Bögen ganz süßen ich guck einfach so da oben auf einmal mein Schrift wie viel Zuckerrohr hast du eigentlich? gute Frage hä, wir können auch hier Holz mitnehmen ja äh, Zuckerrohr hab ich 21 ich baue jetzt Holz ab einfach mit der Faust, ist mir egal brauch noch ein Biselholz das ist ein Pickel ne, gut aus mit oh, das ist ein Skelett ein Borgen sehr schön das Vieh hat ein Borgen getroppt ein Biselholz einfach mit der Faust abbauen, obwohl ich ihn noch an der Minute 30 hab oh, ich muss zurück rennen Minute 30, ich renne auch gleich zurück denkt da nicht zu viel Sprinter im Gang, ne? mhm ja doch, wenn ich halt fast keine Zeit mehr habe, dann sprinte ich durch wenn ich dich nicht verkaufen will wenn er wird und ich bin da auch nicht ich fang grad auch zurück, aber die Öfen brauchen dann baut es wahrscheinlich instant hoch, ne, wenn wir da sind oder er fightet eben hat er auch nichts gemacht eben ist er ein bisschen weggerannt, damit er gekickt wird oh, der hat uns gesucht, weil er sah das für mich so aus, als würde er uns suchen hm hm wo war er gesehen und dann hat geguckt, wo ja, aber der hat auch unseren Namen gesehen und ist erst in unsere Richtung gerannt und dann ist er irgendwie weggerannt keine Ahnung da ist mein Gang ich renne zurück positioniere dich mal da positioniere dich mal da positioniere dich mal da ja ich hab windstecks meldet ich hab drei Lava Eimer ich hab auch nen Bogen ja, ich hab beide soll ich mich unten hinstellen? ich würd oben gut, dann stell ich mich nach oben ja, das war's mit der dritten Folge auf geht's in der Snipe ah haha haha haha